Geht es dir auch so, dass du eigentlich von den ganzen Informationen im Internet vor allem und in den Medien genug hast, dass du überflutet wirst mit Informationen, mit Zusammenhängen, dass das eigentlich alles viel zu viel wird? Und dieses Video gehört auch dazu. Das heißt, es ist jetzt wieder Information, die auf dich eindringt. Wir ersticken und ertrinken in dieser Flut von Informationen, die mit unserem direkten Leben eigentlich nichts mehr zu tun haben. Trotzdem ist da so ein Sog, sich damit zu beschäftigen und das hat einfach mit der Biologie zu tun. Unser Körper möchte Sicherheit und wenn Unsicherheit droht, möchte der Körper, der Organismus klären, ob es sicher ist und deswegen ist da immer so eine Anziehungskraft, sich damit zu beschäftigen, weil es könnte ja Gefahr drohen. Das ist letztlich im Organismus der eigentliche Grund, warum wir von Nachrichten und den ganzen Dingen angezogen werden. Wenn wir uns ganz sicher fühlen würden, in der Tiefe reguliert, haben wir null Interesse an Nachrichten und an Informationsflut. Diese Informationsflut, die über das Internet verfügbar ist, nutzen die meisten zur Regulation, zur Dämpfung des Nervensystems. In dem Video möchte ich dich darauf hinweisen, auch mich selber, ich lasse mich da auch zu oft reinziehen, dass es darum nicht geht. Diese Informationsflut hilft uns nicht weiter. Wir haben als Menschheit ja verschiedene Entwicklungsstadien durch, zumindest in den westlichen Industrienationen, haben wir Konsum und körperlichen und materiellen Wohlstand, körperlichen materiellen Wohlstand haben wir bis zum Exzess erschaffen können, etabliert und ausgelebt und wir realisieren, es bringt uns keinen Millimeter weiter. Natürlich ist es gut, dass wir so weit gekommen sind, aber es löst unser eigentliches Problem nicht, es kann uns nicht glücklich machen. Und die nächste Stufe war sozusagen, dass Wissen, Konzepte und Informationen für alle zugänglich sind, dass wir über alles uns informieren können, das war ja früher auch nicht der Fall und wir stellen fest, wow, ja, das ist großartig, aber es löst unser Problem nicht, wir werden dadurch nicht glücklicher, die Welt wird dadurch nicht heiler und gesünder. Also auch das führt nicht zur Lösung und ich glaube, viele sind an dem Punkt, dass sie erkannt haben, noch ein Video und noch ein Buch und noch ein Lehrgang und noch eine Ausbildung bringt uns einfach nicht weiter. Es löst mein Problem nicht. Das heißt, so geht es nicht weiter. Es führt nicht zur Lösung, nicht zur Erfüllung, nicht zur Beruhigung, ja, nicht zum Glück und zur Verbindung. Und der nächste Schritt, den ich sehe und woran ich auch massivst am Arbeiten bin, ist, dass wir realisieren, dass nur eine echte Begegnung zwischen Menschen uns eigentlich wirklich interessiert. Das ist das, worauf es rauslaufen wird. Die Menschen werden mehr und mehr sich gewahr, dass das eigentliche Interesse immer in Bezug auf einen realen Menschen vorhanden ist und dass alles andere nur eine Kompensation ist. Wenn das nämlich fehlt, wenn zu wenig Austausch und Sinneseindrücke über echte Begegnungen vorhanden sind, dann brauche ich Kompensation, Konsum und Ablenkung als Betäubung. Und wir haben das ja in den Medien nicht. Wir sehen in den Medien keine echten Begegnungen zwischen Menschen. Das muss man sich auch mal darüber im Klaren werden. Wir sehen das nicht mehr. Ja, oder vielleicht haben wir das auch noch nie in den Medien gesehen, eher so rum. Denn was uns ja nähert und was unsere Nervensysteme brauchen, ist mindestens zu sehen, wie Menschen in einen tatsächlichen Kontakt kommen. Und das findet nicht statt. Das findet einfach nicht statt. Was wir sehen, sind Interviews, Streitereien, Krieg, Auseinandersetzungen, Diskussionen, wer Recht hat, wer die Macht hat. Es geht um alles Mögliche, nur nicht um uns als Menschen, was zwischen uns als Menschen wirklich passiert und das eben auszutauschen. Das sehen wir nicht. Und deswegen hungern unsere Nervensysteme. Man könnte auch sagen, unsere Seele ist am Verhungern. Die braucht die Erfahrung oder mindestens die Sinneseindrücke von echter menschlicher Kommunikation. Und das haben wir offensichtlich völlig verlernt. Und das ist überhaupt nicht mehr in unserem Fokus. Was heißt es jetzt konkret? Das heißt, es geht darum zu lernen, sich wieder die Wahrheit zu sagen. Das heißt, was in uns in Bezug auf den Menschen, der jetzt da ist, los ist. Und das sind vor allem Gefühle. Das sind Gefühle, Dinge, die man nicht so gerne anschauen möchte, die man nicht so gerne mitteilen möchte, vielleicht von Schwäche, von Bedürftigkeit, von Hilflosigkeit, aber auch von Wut und Aggression, von Projektionen, was der andere angeblich macht, was er angeblich für Motive hat und die Körperempfindung. Das nenne ich das ehrliche Mitteilen. Und das ist das, wo das Interesse früher oder später hin zurückkehren wird. Weil wir können nicht gegen die Biologie anleben. Wir können auch nicht ohne Wasser leben. Und wir können auch nicht ohne Bindung glücklich werden. Wir können nicht mit Konsum glücklich werden. Das geht einfach nicht. Sondern was uns glücklich macht nach der Überlebensebene ist Bindung. Und das heißt, näherender Austausch über das, was in uns wirklich los ist, das hatte ich ja gerade beschrieben, das müsste auf den Schirm, das müsste Priorität Nummer eins in unserer Gesellschaft sein, dass wir lernen, das wieder auszutauschen und uns wirklich zu begegnen. Wir begegnen uns nicht mehr. Wir ziehen uns zurück, manipulieren uns, stellen uns tot oder greifen den anderen an. Eine wirkliche Begegnung gibt es kaum noch. Nicht mal in den Familien und Paaren noch. Also wir sind wirklich weit, weit, weit vom Weg abgekommen. Wenn dir das klar ist, dass der ganze Kram dir nichts nützt, der ganze Wohlstand, das ganze Geld, der ganze Konsum, sei es Gegenstände, sei es Ablenkung durch Medien, durch Filme, durch Urlaube, durch Erlebnisse. Auch Erlebnisse sind Konsum, die uns nicht weiterbringen. Erfahrungen, Ausbildungen, Trophäen, Erkenntnisse, Ziele, die wir erreicht haben. All das nützt uns nichts, wenn wir das eigentlich nicht haben in unserem Leben. Und das ist nun mal diese wirkliche Verbindung, die wir lernen müssen wieder. Wir müssen das wieder lernen, das herzustellen. Und je mehr und je schneller Menschen das machen, je schneller wir vorankommen, desto schneller kann sich auch der öffentliche Raum dahingehend wandeln. Wenn wir gar kein Interesse mehr daran hätten, an dem Blödsinn, den man uns präsentiert, dann würde das ja sehr schnell zu Ende sein. Aber die Menschen ziehen sich die Nachrichten rein, sie gucken sich die Dokus an. Sie machen immer weiter, weil sie nicht wissen, wie sie rauskommen sollen, wie sie zu ihrer Lösung kommen sollen. Deswegen meine ganze Arbeit, die ich hiermit nochmal kurz vorstellen möchte. Zum einen das Buch, was euch dabei hilft, da rauszukommen und wieder in einen echten Kontakt zu kommen. Der Spiegel-Bestseller, der Vagus-Schlüssel. Da seid ihr völlig unabhängig von mir und könnt das alleine für euch machen, in eurer Familie, in der Partnerschaft, im Freundeskreis und das weiter ausbauen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht wirklich konkrete Hilfe durch einen erfahrenen Traumatherapeuten, dann empfehle ich euch die Gespräche mit Gopal. Da könnt ihr in einer Zoom-Veranstaltung auch erstmal als Zuschauer passiv dabei sein und euch das alles mal anschauen, ob das was für euch ist. Oder wenn ihr dann wirklich mit mir sprechen wollt, ein Gesprächsticket buchen und dann könnt ihr vor dem Publikum mit mir sprechen und eure Dinge klären. Und die Dinge werden geklärt. Ich kläre dort die Dinge und Probleme bis auf den Grund. Das ist mein Job. Darum dreht sich meine ganze Arbeit. Und ja, das ist die Einladung, dass wir eben alle zusammen, alle die leiden, alle die eine neue Welt wollen, dass wir es schaffen, uns dahin zu konzentrieren, was zwischen uns passiert und wie wir das in einer guten Art und Weise zum Austausch bringen, damit die Verbindung untereinander gestärkt wird, damit wir in den Frieden kommen, in die Kraft, in die Entspannung und in die Freude letztlich. Also das ist mein Angebot für uns alle, dass wir die Welt und die Gesellschaft hier wandeln können, weil wir brauchen das Wissen. Darüber brauchen wir das Wissen. Deswegen mache ich auch das Video. Wir müssen das verstehen, den Kontext dafür. Und dann geht es aber darum, wirklich, dass es diese neue Form der Kommunikation und der Begegnung wirklich zu lernen und auch zu praktizieren und auch das zu riskieren. Ja, es fühlt sich ja riskant an. Ist es zwar nicht, aber so fühlt es sich an. Wir wollen es auf eine Art nicht. Also, wenn dich das anspricht hier, kauf dir oder meine Empfehlung ist, dir das Varus-Schlüsselbuch zu kaufen, das zu lesen und dann gleichzeitig bei den Gesprächen mit Gopal als Zuschauer oder als Sitzungsteilnehmer tatsächlich mitzumachen. Also, wenn dich das anspricht, wenn dich das anspricht, wenn dich das anspricht,